Hallo liebe Web 2.0 Freunde und herzlichen Dank auch für die vielen Fragen in diesem Monat. Zum 1. November 2012 tritt der Tarifvertrag der IGBCE für Branchenzuschläge in der Leiharbeit in Kraft. Damit hat die IGBCE einen wichtigen Schritt in Richtung gleicher Bezahlung, gleiche Arbeitsbedingungen für Leiharbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Beschäftigte in der chemischen Industrie geschaffen. Das ist aber nicht genug, um die ungleiche Behandlung zwischen Leiharbeit und Kernbeschäftigten aufzuheben. Der Gesetzgeber ist jetzt gefragt, endlich das Gesetz dahingehend zu ändern, dass mehr Sicherheit für die Leiharbeitnehmer vor allen Dingen dann, wenn eine Krisensituation entsteht, aufgegriffen werden. Beispielsweise geht es dabei darum, warum nicht auch für Leiharbeiter eine Kurzarbeitsregelung gefunden werden kann. Es geht dabei darum, dass die Risiken eines entleihungsfreien Zeitraums nicht direkt auf die Beschäftigten durchgereicht werden und der Druck noch stärker steigt. Und es geht natürlich vor allen Dingen darum, dass die Begründung für Leiharbeit, nämlich mehr Flexibilität, genutzt werden kann. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber die Unternehmen nicht diese Leiharbeit missbrauchen, um am Ende nur Kosten einzusparen und das auf den Schultern und zu Lasten der Leiharbeitnehmer. Die IG BCE wird weiter daran arbeiten und die IG BCE fordert von der Bundesregierung, jetzt endlich zu handeln.